Prof. Dr. Carsten Baumgart, Professor für Marketing an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin und gleichzeitig auch Mitglied des Magischen Zirkels Deutschland. Und mit ihm sprechen wir heute über die aktuelle Situation von Künstlern und Soloselbstständigen. Seit März 2020 liegt die Kulturbranche an sich am Boden. Live-Events finden, fanden fast gar nicht statt. Und Sie haben eine Studie gemacht über beide Lockdowns. Wie schwer hat es Künstler und Kulturschaffende getroffen? Ja, ich habe nicht die gesamte Kulturbranche angeschaut, sondern ich habe mich fokussiert auf die Zauberer und zwar auf die Profi-Zauberkünstler, weil das so eine typische Live-Kunstbranche ist, die also im Prinzip nicht online funktioniert, die nicht auf Videos, DVDs funktioniert. Und ich habe gesagt, okay, ich gucke mir die an, weil die ist schon divers genug, um da eben zu sehen, wie es funktioniert. Und zur ersten Frage sozusagen die Frage, wie hart hat es sich getroffen? Wir haben einfach mal abgefragt, wie sah es denn 2019 mit der Anzahl der Auftritte aus und wie sah es denn 2020 auf? Und in 2019, jetzt zumindest für diese Monate März bis Dezember, haben die ungefähr im Durchschnitt 80 Auftritte gehabt. Und das ist zurückgegangen in 2020, also in dieser Lockdown-Phase im Sommer, wo ja ein bisschen was gespielt wurde, zumindest Open Air. Und dann bis Ende des Jahres, dort hatten die dann ungefähr nur noch 13 Auftritte im Durchschnitt. Das heißt, es sind über 80 Prozent Rückgang. Und das ist ihr Einkommen. Also die haben ja kein anderes Einkommen, was sie machen. Und das ist noch gerettet worden durch den Sommer. Also das heißt, sonst wäre das auf Null, weil die haben im ersten Lockdown überhaupt nicht gespielt und im zweiten Lockdown auch nicht. Und dazu muss man auch wissen, dass gerade für Live-Künstler der Dezember und der November die besten Monate sind, weil da die ganzen Abschlussfeiern, Weihnachtsfeiern und so weiter sind. Und das ist natürlich alles weggebrochen. Das ist das eine. Und das Zweite, wir haben uns auch mal nach der Aussicht gefragt, wie sie das denn sehen in Zukunft. Und haben gesagt, okay, nehmt mal an, das war im Dezember, war noch Hoffnung. Stellt euch mal vor, im Mai, Juni wird das wieder besser. Wann glaubt ihr denn, wann kriegt ihr denn so ein ähnliches Niveau wieder hin wie 2019? Und die überwiegende Mehrheit hat gesagt, wenn überhaupt Ende 2022. Viele haben auch gesagt, überhaupt nicht, das wird nie wieder so kommen. Und einige haben gesagt, können wir gar nicht einschätzen. Also auch da ist sozusagen der Optimismus nicht so richtig groß. Ja, es ist, also ich finde es total ein sehr, sehr, sehr schwieriges Thema, weil ich auch sehr viele Freunde im Künstlerkreis habe, weil ich auch selber in einer gewissen Art und Weise Künstlerin bin. Jetzt in Ihrer Studie zum Thema Zauberer, wo hat sich denn der erste Lockdown und der zweite Lockdown unterschieden, auch bei den Reaktionen? Ja, wir haben insgesamt, haben wir vier verschiedene Strategien unterschieden, die wir mit einzelnen Maßnahmen gemacht haben. Das eine war sozusagen Reduktionsstrategien, haben wir das genannt. Das heißt, dort haben die Künstler eben ihre Ausgaben reduziert, haben irgendwie Miete runtergefahren, haben Mitarbeiter auf Kurzarbeit, falls sie welche hatten oder auch Sachen, die sie angemietet haben, zurückgefahren. Das haben wir als Reduktionsstrategie gemeint. Das zweite, so Durchhaltestrategien, das heißt, versucht irgendwo Geld noch aufzutreiben, also irgendwelche Förderungen zu bekommen, irgendwelches Kurzarbeitergeld zu bekommen, irgendwelche Bankkredite zu bekommen, aus der Altersvorsorge was zu nehmen, also teilweise in der KSK sind und dort eben gesagt haben, wir reduzieren das. Also das war sozusagen eher zu sagen, okay, wir halten das irgendwie eine bestimmte Zeit durch. Das dritte ist dann so die Strategie, Innovationsstrategie, dass sie versuchen, also neue Lösungen zu entwickeln, um damit zu überleben. Und das dritte sind dann Exit-Strategien gewesen, also zu sagen, wir machen was ganz anderes. Also wir werden jetzt irgendwie Rettungssanitäter, wir gehen in die Pflege, wir gehen in den Beruf, den wir wahrscheinlich mal vor 20, 30 Jahren hatten, zum Beispiel in den Lehrerberuf zurück, gibt es einige Beispiele. So, wenn wir jetzt zurück zur Frage, wie hat es sich verändert? Man kann sagen, in der ersten Phase war ganz klar diese Reduktions- und Durchhaltsstrategien. Das waren, weil man eben Hoffnung hatte, dass es funktionierte. Das war auch im Sommer, was ja auch nicht normales Geschäft war, weil fast drin nichts stattgefunden hat, wenn war Open Air. Also vom Autokino bis irgendwie Bühnen, die irgendwo im Park aufgebaut waren. Aber auch das war deutlich reduziert. Und dann merkten sie aber im zweiten Lockdown, also ab November dann, das wird noch lange dauern. Und dann sieht man jetzt einen deutlichen Schwenk. Die versuchen immer noch die ersten beiden Strategien, aber einen deutlichen Schwenk in Richtung Innovation und Exit. Also es sind viel mehr, die Teilzeit oder komplett rausgehen aus dem Markt und sich was ganz anderes suchen. Oder eben sagen, okay, wir finden jetzt zum Beispiel Online-Lösungen, mit denen wir arbeiten können. Jetzt haben Sie das sehr, ich würde mal fast sagen, inhaltlich beleuchtet. Jetzt haben Sie sicherlich auch mit vielen Künstlern und Künstlerinnen zu tun gehabt. Wie waren die Reaktionen emotionell? Ja, das war überraschend. Also wir hatten im Vorfeld mit einigen Profis, die tatsächlich an der Spitze stehen. Auch da gibt es ja sehr unterschiedliche Level gesprochen. Und da war eigentlich die Lage so sehr unterschiedlich. Also sie waren nicht komplett verzweifelt. Das hing auch so natürlich von der Persönlichkeit ab, aber auch von der Situation. Wir hatten zum Beispiel einen Künstler gefragt, der gleichzeitig auch ein Zaubertheater betreibt, was nochmal eine andere Herausforderung ist, weil er eben auch noch ein Gebäude hat und eine Art Miete oder Pacht dafür bezahlen muss. Wir hatten einen Künstler, der dann einfach schon den Cut gezogen hat, gesagt, ich gehe raus. Der ist nach Indonesien ausgeweinert und ist dort Lehrer geworden und hat gesagt, ja, und dann war er wieder zufrieden. Also das heißt, das war gar nicht so dramatisch, wie wir es erwartet hatten. Also die haben wir so im November geführt, die Interviews als Vorbereitung für die Studie. Wenn man jetzt aber im Februar, März mit denen spricht, wird es nochmal deutlich extremer. Da merkt man das, weil da war immer noch die Hoffnung, ja, das wird jetzt irgendwie nächstes Jahr besser. Aber jetzt ist ja irgendwie gar nicht mehr abzusehen. Und wir haben ja zum Beispiel vor vier Wochen eine Veranstaltung zu der Studie gemacht mit Zauberkünstlern, wo wir es vorgestellt haben, diskutiert haben. Und da hat man schon deutlich frustrierendere, ja, auch die keinen Ausweg mehr gesehen haben. Auch Künstler, die gesagt haben, ja, ich möchte nicht online, ich kann meine Kunst nicht online machen. Das passt nicht zu meiner Persönlichkeit. Und die dann eben sagen, okay, ich muss jetzt komplett was anderes suchen. Das ist, also das wird, glaube ich, jetzt extremer. Ja, weil auch das ganze Jahr natürlich immer noch total ungewiss ist, weil man gar nicht weiß, wo es hingeht. Nochmal rückblickend auf letztes Jahr. Es gab ja doch einige Hilfsprogramme. Also es gab die Corona-Soforthilfen, das Überbrückungsgeld. Es ging natürlich auch, sage ich mal, viel darum, erst mal die Fixkosten zu decken, wo eben viele Künstler auch rausgefallen sind, weil sie sehr geringe Fixkosten haben. Dann gab es Novemberhilfe, Dezemberhilfe, jetzt die Neustarthilfe. Das hört sich nach außen immer so an, da gibt es ja ganz, ganz viel Geld. Wie ist das denn, kommt das bei den Solo-Selbstständigen, bei den Künstlern, bei den Kulturschaffenden an? Hat das geholfen? Nein, also es gibt ein paar, die damit ganz gut über die Runden kamen. Dazu muss man sagen, neben diesen großen Programmen gab es insbesondere in einzelnen Regionen nochmal vom Land oder von der Stadt Kulturprogramme, gerade im Sommer. Wo wir gesagt haben, okay, wir wissen, du spielst eigentlich mit 500 Leuten, jetzt können aber nur 50 rein, deshalb zahlen wir dir den Rest. Also da gab es dann eine ganze Menge an speziellen Programmen vor Ort, die haben sehr, sehr geholfen. Einigen, ich habe zum Beispiel mit einem Kinderzauberkünstler gesprochen, dem natürlich alles weggebrochen ist, an Schulklassen, an Kindergarten und so weiter, der aber dann im Sommer eben solche Hilfen speziell für diese Region dann bekommen hat. Das Zweite ist, Fixkosten spielen praktisch bei den Zauberkünstlern ganz keine Rolle. Also es gibt nur ganz wenige, die große Illusionsshows haben, da spielt das eine Rolle. Aber die meisten sind Solo-Selbstständige, die haben, wenn es hochkommt, Fixkosten von 50 Euro, das ist irgendwie eine Miete für irgendwas. Und das heißt, das bringt denen eigentlich überhaupt nichts. Dann war natürlich die Frage, auf welchen Monat sich das immer bezogen hat, weil die eben sehr unterschiedlich auch verdienen. Und eine echte Herausforderung war für viele in der Zauberei, dass sie eben teilweise nicht nur Zauberei machen. Und dann haben sie gar keine Ansprüche gehabt. Also wenn die beispielsweise dann noch als journalistisch gearbeitet haben oder ähnliches, dann hieß es ja, das ist ja für dich nicht geeignet, du hast ja noch einen anderen Job. Und das ist eine. Das Zweite ist natürlich, ich habe auch mit einigen Künstlern gesprochen, und die haben gesagt, das ist uns viel zu kompliziert, also das ist viel zu viel Aufwand. Der Erste war okay, das ging relativ schnell, aber die anderen waren dann eben mit Steuerberater und Ähnlichem und haben gesagt, wir müssen das irgendwie anders lösen. Und erstens ist es nur ein Tropfen, wenn es funktioniert auf dem heißen Stein. Und zum anderen hat es das, was man eigentlich als Künstler ausmacht, dass man auf der Bühne stehen möchte, das heilt es ja überhaupt nicht. Dass man das, was man eigentlich liebt, nicht machen darf, das heilt es ja überhaupt nicht. Und deshalb gibt es eben deutlich eine Tendenz zu Zauberkünstlern, aber auch in anderen Live-Branchen sieht man das in der Musikbranche, die eben rausgehen. Die sagen, okay, wir müssen das anders machen. Und dann darf man nicht vergessen, die ganze Kulturbranche ist ja nur immer sozusagen, es gibt eine Person, die auf der Bühne steht, aber es gibt ja noch mindestens ein oder zwei Personen, die dahinter stehen, im Catering, in der Technik, wie auch immer. Und die hat es natürlich noch härter getroffen, weil denen ist ja alles weggebrochen. Und deshalb, ich glaube, ja, der Staat kann auch nicht alles retten, aber es war natürlich, es war viel zu kompliziert, es war zu langsam für viele und es hat eben auch viele nicht getroffen. Also das heißt, es war nicht dafür geeignet für die Situation. Das heißt, könnte man also irgendwo so sagen, dass die Kulturschaffenden, also dass die Interessen da doch sehr wenig am Ende vertreten wurden oder wenig gemacht wurden? Ja, man muss ja unterscheiden, was für Kulturschaffende. Also wenn man zum Beispiel so staatliche Häuser sich anschaut, die ein Orchester haben, die ja dann eben ganz klassisch über Kurzarbeitergeld und so weiter angestellte Verhältnisse haben und weiter bezahlt wurden zum großen Teil, was natürlich auch eine Reduktion ist, keine Frage, aber eben eine Absicherung haben. Und es gibt eben die, ich nenne das mal die freie Kulturszene, die schlechter organisiert ist, die keine Lobby hat, die auch keine Stimmen, keine gemeinsame hat. Da gibt es dann für jede einzelne irgendeinen kleinen Verband und die sind natürlich komplett nicht berücksichtigt worden. Ja. Befürchten Sie durch diese Lockdowns langfristige Schäden für die komplette Kulturszene in Deutschland? Ja, also relativ einfach. Also es wird folgende, es gibt einige, die eben rausgehen und die auch nicht wieder zurückkommen. Die einfach sagen, okay, das ist mir zu gefährlich, weil ich vielleicht auch Familie habe oder irgendwie im Alter bin, wo ich sage, das will ich dieses Risiko nicht mehr tragen. Das heißt, sie werden nicht zurückkommen. Es wird, und das betrifft insbesondere, ich nenne es mal alles, was jetzt ein bisschen, ich nenne es mal nicht ganz so erfolgreich ist, also Erfolg im Sinne von so viele Zuschauer, Zuseher hat. Das heißt, die Vielfalt wird abnehmen, weil es im Prinzip die Top-Leute werden das überleben. Die haben erstens Rücklagen gehabt und werden das auch sozusagen länger überleben. Zweitens haben die jetzt auch mehr Möglichkeiten eben, was weiß ich, zu streamen oder Ähnliches zu machen. Aber die Vielfalt wird zurückgehen. Und das Zweite, was wir natürlich verlieren werden, ist eine Vielzahl von Spielstätten, die einfach Clubs, kleine Theater und so weiter, die das eben nicht überleben werden. Und damit reduziert sich sozusagen die Auftrittsmöglichkeiten. Und das sind in der Regel auch die kleineren Häuser, wo also auch, sagen wir mal, Karrieren anfangen, wo man irgendwie üben kann, also auf der Bühne zu stehen, wo vielleicht auch mal was ein bisschen schräger ist, was ein bisschen anders ist. Das wird einfach zurückgehen. Das wird einfach reduzieren. Und dann ein dritter Punkt, den wir im Augenblick überhaupt noch nicht absehen können, ist die Frage, wie wird der Zuschauer eigentlich reagieren? Wird er wieder zurückkommen? Dauert das ganz lange, bis er auch wieder das Vertrauen hat, dass er mit jemandem Arm an Arm im Theater sitzt oder so? Oder sagt er, ich habe mich jetzt so daran gewöhnt, dass ich das alles zu Hause streame und irgendwie Netflix und das war alles ganz toll. Also das ist die Frage, die wir überhaupt noch nicht beantworten können. Aber es wird ein Teil eben dann sagen, okay, ich gehe nicht mehr ins Theater, ins Konzert, zu irgendwelchen Bühnenveranstaltungen, weil ich weiß ja nicht, ob das doch noch irgendwie problematisch ist. Und gleichzeitig ist es eben auch so, man hat sich daran gewöhnt, dass das irgendwie alles zu Hause im Bildschirm stattfindet. Gibt es denn irgendwelche positiven Impulse, die die Krise ausgelöst hat? Jede Krise ist auch so ein Einschnitt für Veränderungen. Und ich glaube, das sind eigentlich in der Zauberszene, und das gilt vermutlich für die Live-Kunst insgesamt eigentlich zwei. Das eine ist natürlich, Innovation wird gefördert. Das betrifft jetzt Infodigitalisierung. Das war so ein Thema, was es in der Zauberei eigentlich nicht gab. Wenn sie eine Webseite hatten, war es gut. Aber jetzt sozusagen gibt es nächste Woche, in zwei Wochen, gibt es eigene Zauberkongresse, die sich mit digitalen Formaten beschäftigen. Also wie man dort zaubert, was für Technik man braucht, wie kann man da Geld verdienen, wie ist das Ticketing-System und so weiter. Also das ist eine neue Sparte, nenne ich das mal, oder ein neues Anwendungsfeld, was es vorher nicht gab. Und das ist, wie wir es ja alle gelernt haben, auch im Business-Kontext, etwas, was von außen sozusagen gedrängt wurde. Sonst hätten wir das alles nicht so schnell gemacht. Also vor eineinhalb Jahren war Zoom völlig unbekannt. Jetzt kennt das irgendwie jeder. Jeder sitzt stundenlang davor, flucht auch darüber. Aber es ist mittlerweile ein fester Bestandteil von unserer Arbeitskultur. Und so ähnlich ist das eben auch im Kulturbereich. Also das heißt, dieser Innovationsbereich, dass man sich mit neuen Medien auseinandersetzt, mit Digitalisierung, mit digitalen Formaten. Und das Zweite ist, jede Krise führt auch zu so einem Zusammenhörigkeitsgefühl. Also man merkt, dass man eben nicht alleine das Problem hat und man auch alleine das Problem nicht lösen kann. Und früher waren eben, Zauberkünstler sind Idealkünstler. Die haben wenig zusammen gemacht. Das hat natürlich Ausnahmen, aber die meisten waren eben meine Aufführung, meine Veranstaltung und so weiter. Und das ist natürlich jetzt deutlich stärker zusammengeführt worden, weil beispielsweise die jetzt eben zusammen Streaming-Sachen machen, weil eben eine oder zwei können sich die Technik leisten und das wird dann eben untereinander getauscht. Man tauscht sich viel stärker aus. Und das ist dann vielleicht auch eine Chance, dass man das auch über die Krise hinaus retten kann. Also dieses stärkere Wir zusammen und nicht sozusagen Ich gegen Dich. Das ist so der zweite Aspekt, den man vielleicht positiv sehen kann. Ja, sehr schön. Was kann denn jeder Einzelne in der Gesellschaft machen, um die lebendige Kulturszene in Deutschland zu erhalten? Das Einfachste ist, Geld zu bezahlen. Also ja, es gibt ja ganz viele Angebote, die kostenlos sind, aber vielleicht gibt es auch Angebote, die eben bezahlt sind. Also dass man auch online eben Tickets kauft dafür und nicht versucht, da irgendwie kostenlos durchzukommen, weil das Geld ist genau das, was eben bei Künstlern auch ankommt. Und das Zweite ist, glaube ich, dass jeder an seiner Stelle probieren muss, auch einen Fokus auf diese Kunstszene, Kulturszene zu lenken. Das ist ja auch meine Motivation gewesen. Ich bin ja kein Künstler, sondern ich bin eigentlich Marketingprofessor. Und habe aber dann gesagt, okay, was kann ich denn? Ich kann eben Studien machen, ich kann ein bisschen PR machen, ich kann Kommunikation machen und möchte ein bisschen Aufmerksamkeit dafür erzeugen, dass die eben wahrgenommen werden in den Diskussionen. Dass die eben dann in der Politik wahrgenommen werden, dass sie von Förderprogrammen wahrgenommen werden. Und deshalb habe ich diese Studie gemacht, habe die dann eben auch mit Künstlern, also mit Zauberkünstlern in verschiedenen Medien gemacht, also irgendwie im Fernsehen und bei Brandeins und Ähnliches, also wo wir sagen, sie sollen Aufmerksamkeit einfach erzeugen, damit die nicht so hinten runterfallen. So, und das kann natürlich jeder an seiner Stelle. Der eine ist vielleicht in der Politik, der andere ist vielleicht in der EK tätig, der nächste ist vielleicht im Unternehmen tätig, der sagt, okay, wir haben stundenlange Zoom-Konferenzen, können wir nicht einen Zoom-Zauberkünstler einbauen. Also einfach da ein bisschen selbst auch aktiver werden und sagen, können wir die einfach, auch wenn wir sie vielleicht nicht hundertprozentig brauchen, funktional, aber vielleicht emotional und vielleicht auch einfach aus Unterstützungsgründen. Und ja, und dann natürlich der Appell, in Anführungsstrichen, wenn es mal wieder besser wird, eben das auch zu nutzen und nicht zu viel Angst davor zu haben, weil es gibt auch einige Studien, hier zum Beispiel aus Berlin eine Studie, die zeigt zum Beispiel, wie das Theaterbereich mit der ungefährlichste Bereich ist für Ansteckungen. Und das war zum Beispiel, die ist vor zwei Wochen veröffentlicht worden, die Studie, zumindest als Preprint, und die ist parallel gelaufen zu der Frage, ob Friseure wieder aufmachen. Und es gab nur das Thema Friseure und die Studie wurde gar nicht wahrgenommen. Ja, und das ist also auch so ein bisschen, dass man sagt, okay, versucht doch danach wieder Kultur zu genießen. Ja, und versucht auch, wenn es ein bisschen aufwendiger ist, irgendwie Tickets für eine Museumsführung zu bekommen oder dass man da reingeht oder im Theater eben. Man muss sich mehr darum kümmern, das ist aufwendiger. Aber versucht das, weil auch diese Kleinen, auch wenn das meistens nicht kostendeckend ist oder nur bedingt, aber das hilft den Künstlern einfach, wieder eine Bühne zu haben, auch eine Zukunft zu haben, weil es einfach auch eine emotionale Geschichte ist, nicht nur eine Frage des Geldes. Ja, lieben Dank für die ganzen Einblicke an der Stelle. Sie hatten jetzt schon ganz kurz durchblicken lassen, dass Sie kein nicht hauptberuflicher Zauberer sind, sondern natürlich Professor. Aber nichtsdestotrotz, Sie haben sich genau auf die Zauberer konzentriert, weil Sie da Ihre Wurzeln haben und seit 30 Jahren zaubern. Und deswegen wollen wir natürlich auch noch einen Zaubertrick sehen. Das werden wir gleich gerne machen. Okay, wunderbar. Ich wurde ja gebeten, auch noch ein bisschen was zu zaubern, aber leider habe ich gar nichts dabei. Deshalb die erste Frage, ich bräuchte mal ein Stück Schmur oder ein Seil. Haben Sie sowas dabei? Nein, das habe ich leider auch nicht dabei. Okay, das habe ich gerade noch. Das geht noch. Weil ich brauche ein bisschen länger. Bitte einmal anschauen, ob das in Ordnung ist. Ja, ich schaue das an. Das ist komplett. Einmal ziehen, ob da ein Magnet drin ist oder ein Knopf oder ähnliches. Nein, das ist ein ganz normales Seil. So, ich bräuchte aber noch was zweites und zwar einen Ring. Haben Sie sowas dabei jeweils einen Ring? Ja, ein bisschen größer, damit wir das auch in der Kamera sehen, wäre wichtig. Vielleicht so eine Größe. Okay, dann gucken wir einmal, ob der in Ordnung ist. Ist da ein Loch drin oder eine Öffnung drin? Nee, hinten, ne? Naja, also natürlich ist eine Öffnung drin von dir so. Aber sonst ist es in Ordnung, ja? Stabil. Okay. So, jetzt werde ich was versuchen. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob es funktioniert. Und zwar werde ich versuchen, diesen Metallring von dem Seilring zu befreien, ohne diesen Seilring, ohne diesen Knoten zu öffnen. Wenn man darüber nachdenkt, dann fällt da natürlich auf, dass es gar nicht möglich ist, aber dafür sind Zauberkünstler da. Ich würde Sie mal bitten, den Ring festzuhalten und keinen Schreck zu bekommen. Eins, zwei, drei. Was in die eine Richtung geht, geht natürlich auch in die andere Richtung. Dafür ist es wichtig, man braucht in dem Seil eine weiche Stelle. Und da kann man mal wie so eine Lupe gucken. Ja, hier ist eine weiche Stelle. Finden Sie sich das, wie sehr weich ist? An der Stelle kann man bei drei, eins, zwei und drei das hineinwerfen. Und es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, diesen Seilring wieder zu befreien von dem Metallring. Das eine ist sozusagen, die langweiligen Knoten aufzumachen. Die zweite ist auch langweilig. Das wäre nämlich die magische, die habe ich ja schon gezeigt. Und die dritte ist die fantasievolle. Können Sie sich vorstellen, was das ist? Eine Schere. Wunderbar, das ist die fantasievolle. Sie haben Fantasie und dann können Sie sich vorstellen, dass man das Seil hier oder hier zerschneidet. Wenn man das so macht, hat man zwar den Ring befreit, aber der entscheidende Nachteil, am Anfang der Vorführung hatte ich ein wunderbares langes Seil und jetzt habe ich so ein langes Seil und ein kurzes Seil. Mit dem kann ich eigentlich nichts mehr anfangen. Aber zum Glück bin ich eine Seilemanze. Wissen Sie, was eine Seilemanze ist? Das ist jemand, der für die Gleichberechtigung der Seile kämpft. Oh, das ist super. Weil dann ist ein Seil genauso lang wie das andere Seil. Und wenn die Seile dann erstmal gleich lang sind, dann ist es eigentlich kein Problem mehr, daraus wieder ein Seil zu machen. So, jetzt müsste ich aber zum Schluss vielleicht gerne noch eine Sache ausprobieren, und zwar den schnellsten Seiltrick der Welt. Haben Sie eine Uhr oder sowas? Nee, leider nicht. Dann müssen Sie zählen. Und zwar würde ich versuchen, ich weiß noch nicht, wie es funktioniert, ich würde versuchen, die Seilenden verschwinden zu lassen. Sie sagen irgendwann auf die Plätze, fertig, los, und dann zählen Sie die Sekunden, und ich sage irgendwann Stopp. Okay? Also, auf die Plätze, fertig, los. Eins, zwei. Zwei Sekunden war nicht so schlecht. Die sind verschwunden, weil wenn die Seilenden da verschwunden sind, dann müssen sie irgendwo anders erschienen sein, zum Beispiel hier. Und wenn die Seilenden hier erschienen sind, dann muss hier natürlich die Seilmitte sein. Ist doch klar. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.